Was soll man denn so arbeiten? Naja Das ist schon der beste Weg hier Ich frage mich, ob ich so lange warten kann, bis der Alarm vorüber ist, aber ich denke nicht Wäre ich ein wenig feige, muss ich auch zugehen Ja toll, ich habe irgendwie nur eine Gasgranate, eine Ampgranate, Schock Am liebsten würde ich hier einfach durchrennen Habt ihr das gesehen? Kommst du jetzt zu mir? Ja, hallo! Komm, 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 komm Irgendwas geht hier vor, aufpassen No shit, Sherlock Echt jetzt Äh, falsch Den, ähm Kramm wieder mal die ganze Bewaffnung vor, die wir finden können Und dann sehe ich ja Äh, was ich zu bieten habe Ich habe das Gefühl, es sieht nicht so und richtig gut für mich aus Irgendwie blöde Gasgranaten und sonst was Naja Ha, das hat zu vergessen Okay Hips Naja, gut Ja Ich frage mich gerade, ob ich sie, äh Ein bisschen Wie soll ich sagen Vor und zurück trollen kann Nöp Nöp Ich mag das gar nicht Alter Hass Der Pura hasst diese Granate Der Pura hasst diese Granate Er ist nicht hier Er ist nicht hier Seid vorsichtig Was ist das? Noch nichts Ich bin auf dem Weg dahin. Okay, dann machen Sie diese Türen auf. Sonst gibt's nämlich keinen Rettungsversuch. Schlitzohr. 250 Punkte. I like. Aber irgendwie muss man ja schauen, dass man vorankommt. Oh, ich hab einen Punkt. Ich hab mir irgendwann... Ah, hier hab ich's mir noch notiert. Ja, schön, hä? Tarnsystem. Ja, oder Hacking, oder... Alles mögliche, um sich das Leben zu erleichtern. Ja, nee, kommt. Harnmodus hab ich eigentlich nie wirklich gebraucht. Ähm... Ach komm, kauf mir diesen Sozialoptimierer. Aber der kostet zwei. Oder Energieumwandler. So. Jetzt geht's mir doch gleich besser. Hangar, Toren werden gilt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsfläche. Ähm... Irgendwie hab ich das Gefühl... Ähm... ...dass diese Viecher nicht gerade freundlich auf mich zu sprechen sind. Wo muss ich denn überhaupt hin? Na toll. M2. Oh Gott. Hangar, Türen verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsfläche. Ach, ich muss die... Deaktivieren. Was für ein schönes Wort. Hangar, Türen verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsfläche. Ähm... Ja. Hangar, Türen verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsfläche. Was war die Amp-Granate? Ich frage mich gerade, ob das genug Effekt auf die Viecher hat. Acht. Woop. Ja, versuchen kann man's ja, oder? Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsfläche. Zehn. Attackivieren. Ja. 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 Was? Nur noch einer. Aber ist mir trotzdem noch einer zu viel? Okay, ich sag nichts mehr gegen Amp-Granaten. Tut mir leid, dass ich ein schlechtes Wort gegen Amp-Granaten gesagt habe. Warte, habe ich nicht eine Peps? Was war denn Peps schon wieder? Konnte man damit nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine riesen Verschwendung war. Ist doch schade um die Amp-Mine, ey. Was? 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 Ja, leck doch mehr. Oh, ich glaube, er denkt, er hat nicht gekriegt. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe gerade, dass ich... Ne, andersrum, ich bereue es gerade, dass ich trotzdem nicht... Äh... Warum habe ich nicht dieses... Äh... Roboter übernehmen das Geld, hey. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Falsche Waffe, eindeutig falsche Waffe. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. So, komm jetzt diesmal. Ne, einfach zu weit weg. Ich schiebe es jetzt mal auf das. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. So, hä? Schön, dass ich mir ein Büro hier oben ausgesucht habe. Sicherheitssequenz falsch. Wo ich hoffentlich ein bisschen sicher von diesem Viech da unten bin. Sicherheitsmots. Ja, ja, ich habe ja Zeit zu hacken. Ist ja nicht so als... Keine Ahnung, gäbe es einen Alarm oder so. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsmots. Zugriff gewährt. Boah. Ja, toll. Haha. Und ich habe nicht den Roboter geskillt. Leck doch. Was, im Inventar kein Platz? Habe ich noch nicht vorher gerade aufgeräumt, hey. Dreck. Achso, Stromgewehr, Munition. Auch schön. Na gut, ich glaube, ich kann ja nicht wirklich was kombinieren. Hangartüren verriegelt, Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie. Obwohl, komm. Bis ich ein Sturmgewehr finde, kann ich das ja hier lassen. Und was ist hier noch zu lesen? Ach Gott, Hirnimplantate. Seite 2 und Seite 3. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheitsbox. Amp-Granate. Oh Gott. Reiseplan. Immer genügend. Was? Immer genügend Champagner. Und diese Bonbons aus Brüssel, die sie so gerne isst. Ja, warum nicht? Hangartüren verriegelt. Sicherheitssequenz falsch. Bitte deaktivieren Sie vor dem Öffnen der Türen die Sicherheit. Goodbye. Ich werde dich nicht vermissen. Ah, schön. Bitte deaktivieren Sie. Bitte deaktivieren Sie. Bitte deaktivieren Sie. Hangartüren entriegelt. Achtung. Hangartüren werden geöffnet. Unternehmens gelandet. Vielen Dank für das Taxi. Lecht mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, äh... Ja, bitte. Was? Es geht nach Montreal. Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Das will ich auch hoffen. Okay, sind wir fertig hier. Obwohl ich nicht ganz fassen kann, dass dieser Endkampf jetzt so billig war. Also, was für ein Kampf. Sind Sie sicher? Immerhin infiltrieren Sie keinen mickrigen Kabelsender. Sau hat eine Eliza erwähnt und einen Telefonanruf bei Pikes. Eliza Kassan muss in diese Sache verwickelt sein. Ich weiß nicht. Die berühmteste Nachrichten-Moderatorin der Welt arbeitet mit einem mordenden Söldnerkommando zusammen? Über die Details reden wir später. Setzen Sie mich auf dem Turm ab. Ich steige über das Dach ein. Ja, und schon geht's wie in der Fahrt weiter. Hanson, hier ist Pritchard. Malik sagt, Sie wollen die Position von Eliza Kassan. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Macht es nicht. Ich konnte die Firewall problemlos umgehen und habe jetzt ein 3D-Modell vom Grundriss. Ihr Büro ist im Turm. Zimmer 404. Ich bin unterwegs. Moment. Ach komm schon, jetzt habe ich extra diesen Powerjump und kann nicht mal drüber springen. Sauerei. Zugriff gewährt. So. Terror. Terror weltweit. Auf dem Vormarsch. Terroristen. Fucking Terroristen. Okay, ja, und Privatarmeen werden natürlich immer interessanter. Okay. Und riesiges Waffenlager ausgehoben. Ist doch schön. Ist doch schön. Das ist ein Upgrade, Mann ey. Lass mir doch einfach den Platz, dass ich das einfach schnell machen kann. Ist ja unglaublich. Okay. Er ist hier schon wieder gewesen mit dem Nützlichen. Naja. Ähm. Ja, dann infiltrieren wir mal einen Nachrichtensender. Mal noch zwischenspeichern. Mal noch eins und eins. Ja. Ich warte. Vielen Dank.